In zwei Tagen beginnt in Ludwigshafen das Festival des deutschen Films und der Kartenvorverkauf läuft auf Hochtouren. Auf dem Festivalgelände am Rhein laufen die letzten Vorbereitungen. Es werden in diesem Jahr mehr als 100.000 Filmfans erwartet. Es sind so viele wie vor Corona. In den knapp drei Festivalwochen werden mehr als 50 Filme gezeigt und viele Stars der Film- und Fernsehbranche werden in Ludwigshafen erwartet. So viel Prominenz hatten wir noch nie. Wir gehen auf die 300 zu und es sind viele, 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 also rund 100 davon würde man namentlich fast jeder kennen. Es ist unglaublich und sie bringen alle immer noch ihre Beziehungspartner mit und beinahe noch die Oma, weil das hier so schön ist und wollen auch nicht wieder weg. Und das freut uns sehr.